Politisch ist derzeit ja wirklich einiges los bei uns in Deutschland. Erst das Ampel aus letzte Woche, dann tagelange Diskussionen über den Wahltermin. Der steht jetzt fest. 23. Februar soll es werden. Darauf hat man sich in Berlin geeinigt. Jetzt wird aber immer lauter über den Spitzenkandidaten der SPD diskutiert und zwar auch innerhalb der SPD. Vor allen Dingen hat sich der Kreisverband Bamberg klar positioniert und zwar gegen Olaf Scholz und für Boris Pistorius. Und damit stehen die Bamberger Sozialdemokraten im Kontrast zur Bayern-SPD, die sich wiederum klar hinter Olaf Scholz gestellt hat.